Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Am Freitagabend ist der SC Paderborn bei uns zu Gast. Mit dabei ist auch Angreifer Kai Pröger, der uns Schalke intensiv lobte, sein Team aber gleichzeitig vor unseren Fans in der Arena warnte. Mit 32 Punkten steht der SC Paderborn in der engen zweiten Bundesliga auf dem siebten Platz. Acht Punkte sind auf den Relegationsrang, neun auf Platz eins und zwei. Wollen die Ostwestfalen noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden, muss am Freitag gegen Schalke, der ja 5-Zehler mehr auf dem Konto hat, eigentlich ein Sieg her. Doch Ausmannspieler Kai Pröger sieht eher die Königsblauen unter Zugzwang. Wir können, müssen aber nicht oben mitspielen. Deshalb fahren wir auch ohne geglichen Druck nach Gelsenkirchen. Schalke muss da schon eher aufsteigen und in die Bundesliga zurückkehren, sagte Pröger zu Reviersport und geriet dabei auch in Schwärmen. Denn Schalke sei ein großer Name im Fußball, sind nur 29-Jährige. Den Verein wird man nie keimbekommen und das ist auch gut so. Schalke ist in jedem Kopf, für jeden Fan und Fußball interessiert ein Name. Sie spielen auch eine gute Saison und sind während der letzten Wochen noch stärker geworden, erklärt der SCP-Profi. Aufpassen sollten seine Mitspieler im Flutdichtduell vor allem auf S4-Torjäger Simon T. Rodde. Wird er ausgeschaltet, würden sich die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen, meinte Pröger. Aber sie haben auch andere tolle Spiele in ihren Reihen. Zudem spielen sie vor ihren lautstarken Fans. Warns wird offensiv und fügt an, das wird ein harter Brocken für uns. Für Pröger ist klar, Schalke gehört in die 1. Bundesliga. Gleichzeitig Podde und der 29-Jährige sollten sich nicht zu lange in der 2. Liga aufhalten. Es wird immer schwieriger, dort rauszukommen. Ich traue ihnen den Aufstieg auf jeden Fall zu. Mit Paderborn hingegen will Pröger weiter dranbleiben. Schließlich sei der Abstand nach oben nicht groß. Wie es in der persönlichen Zukunft aussieht, weiß der Angreifer dessen Vertrag nach, dass er so ausläuft, noch nicht. Für mich ist es wichtig, dass ich immer Fußball spiele und glücklich bin. Wo das sein wird, wird man sehen. Ich warte ab und werde dann im Sommer entscheiden, was für mich und meine Familie das Beste ist. Verriet der ehemalige Spieler von Rot-Weiß-Essen. Also viel Lob von Pröger für Schalke. Hoffentlich werden wir das auch am Freitag dann zeigen, damit er am Ende auch nochmal sagt, Jo, Schalke hat verdient. Gewonnen. Eure Meinung zu Kai Pröger? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.